Hallo Herr Stark, erstmal vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Gehen wir direkt mal auf die heißen Eisen ein. Die Euro-Krise und die momentane Geldpolitik der EZB, wie würden Sie die beschreiben? Zunächst mal, wir haben keine Euro-Krise, wir haben eine noch nicht überwundene Krise im Euro-Gebiet. Diese Krise hat auch mehrere Facetten. Die Märkte haben sich im Moment beruhigt, wegen der EZB-Politik, wegen der Garantie der EZB. Im Zweifelsfall Staaten, die in Schwierigkeiten sind, zu helfen. Es gibt den, wie Marktteilnehmer das nennen, ich selbst nenne es nicht so, den sogenannten Dragiput, der also die Märkte beruhigt hat. Aber unter der Oberfläche muss man sagen, es gibt zwar Fortschritte bei Reformen auf der nationalen Ebene, auch Fortschritte bei den Reformen auf der europäischen Ebene, aber die Probleme sind noch nicht sehr gelöst. Und sie haben sich mehr und mehr verlagert auf große Länder wie Frankreich und Italien. Die EZB-Politik steht im Augenblick wiederum im Fokus der Finanzmärkte, dass von der EZB eine fortgesetzte, akkommodierende Geldpolitik erwartet wird, dass sie mehr Liquidität in den Markt gibt, dass sie möglicherweise die Zinsen weiter senkt. Ich muss sagen, die derzeitige Deflationsdiskussion ist völlig übertrieben, völlig überzogen. Wir haben keine Deflationsgefahren in Europa, wir haben niedrige Inflation, wir haben Preisstabilität, so möchte ich es bezeichnen. Und Preisstabilität hilft, die verfügbaren Einkommen zu stärken und damit auch den privaten Verbrauch. Also es gibt aus meiner Sicht keinen Handlungsbedarf für die EZB. Es wird oft gegen den Kapitalismus argumentiert. Würden Sie das momentane Geldsystem als kapitalistisch bezeichnen? Ich habe Probleme mit der Bezeichnung Kapitalismus und kapitalistisch. Denn dies ist im Grunde genommen die Bezeichnung für ein System, das von Karl Marx geprägt worden ist. Also warum diese Terminologie verwenden. Ich weiß zwar, dass insbesondere in den Vereinigten Staaten das marktwirtschaftliche System als kapitalistische System bezeichnet wird. Ich würde das nicht tun. Wir haben ein marktwirtschaftliches System, allerdings mit einem Finanzsystem, das überdehnt ist. Wir haben eine Abkoppelung des Finanzsystems von der Realwirtschaft. Und das Finanzsystem oder das Bankensystem kommt ihrer eigentlichen Aufgabe oder seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich die Realwirtschaft zu finanzieren, unzureichend nach. Stattdessen ist das Finanzsystem selbstbezogen. Deshalb die starke Expansion und die Abkoppelung von der Realwirtschaft. Und das bedarf der Korrektur, denn es führt zu Fehlallokationen, auch im Einsatz von Humankapital, im Einsatz von Expertise, die in anderen Wirtschaftsbereichen produktiver eingesetzt ist. Und die Ausdehnung, die Ausdehnung des Finanzsystems hat im Grunde genommen nicht so sehr zu einer Stärkung des Wirtschaftswachstums geführt, sondern eher zu einer besonderen Form der Umverteilung. Und das ist ein Problem, mit dem man sich mehr und mehr beschäftigt. Wir sind selber Anhänger der österreichischen Schule der Nationalökonomie und damit dem freien Marktgeld- und Währungswettbewerb. Können Sie uns ein paar Worte dazu sagen? Ich stehe der österreichischen Denkschule nahe, aber nicht in der Radikalität im Abschluss sozusagen. Ich halte nach wie vor aus meiner eigenen persönlichen wirtschaftspolitischen, monetären Tradition heraus, oder im Gedanken heraus, stehe ich in der Tradition der Deutschen Bundesbank und der Bank Deutscher Länder von 1948 bis 1998, also dieses halbe Jahrhundert, in dem die Deutsche Zentralbank eine gute Arbeit geleistet hat. Das setzt voraus Unabhängigkeit von politischem Einfluss. Da setzt voraus klare Regeln für die Geldpolitik und da setzt voraus, dass man nur ein wirkliches Ziel verfolgt, nämlich, und das ist eine große Anforderung, das Preisniveau stabil zu halten. Das ist das, wofür ich stehe, was ich auch für durchaus realistisch halte. Nur im Moment sind wir bei allen westlichen Zentralbanken von diesem Ansatz abgewichen. Es gibt eine Multiplikation von Aufgaben in der Zwischenzeit. Es werden keine klaren Regeln mehr befolgt. Und die Unabhängigkeit, wenn sie denn noch besteht, hat sie zumindest gelitten. Ja, dann bedanken wir uns für das Interview und für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen noch alles Gute. Danke sehr, ebenso. Danke. 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 Danke.